Diese Woche werde ich euch zeigen, wie ihr eurem Welpenbleib beibringt. Und zwar ein bombenfestes, sodass er liegen bleibt, auch wenn ihr weggeht und verschiedenste Ablenkungen um ihn herum passieren. Und das Ganze auch noch ohne ihn zu bestrafen oder ihn zurückschicken zu müssen oder sonstige Trainingsmethoden, die wir im modernen Hundetraining einfach nicht einsetzen wollen. Also wenn ihr wissen wollt, wie man dem Welpen fair und schnell beibringt, liegen zu bleiben, dann bleibt jetzt dran. Willkommen beim Dreiteiler zum modernen Hundetraining, nämlich zu den ersten Praxisanleitungen beim Welpenkanal. Wir haben vor zwei Wochen begonnen mit dem Sitz, dann kam das Platz und nachdem diese beiden Übungen wunderbar dazu passen, kommt nun das Bleib. Also, wenn euer Welpe bereits Sitz oder Platz so gut kann, wie in den vorigen Videos besprochen, dann seid ihr nun bereit für ein Bleib. Also, dass euer Welpe lernt, liegen zu bleiben, auch wenn ihr weggeht und verschiedenste Dinge unternimmt. Die Übung ist natürlich super praktisch für verschiedenste Alltagssituationen, denn wenn der Welpe einfach mal liegen bleiben kann, wenn man im Restaurant zum Kellner geht oder wenn man im Wald ist und ihn liegen lassen kann und währenddessen zum Beispiel Leckerlis versteckt, dann kann man das natürlich wunderbar im Alltag integrieren. Auch wenn Besuch kommt, ist es super praktisch, wenn der Welpe gelernt hat, liegen zu bleiben und ihr währenddessen entspannt den Besuch begrüßen könnt. Also, gerade das Bleib ist so praktisch und in vielen Situationen einsetzbar, dass es wirklich zum Grundgehorsam eines jeden Hundes dazu gehört. Und ich werde euch nun zeigen, wie ihr das aufbaut. Wie immer gehen wir hier strukturiert vor. Zuallererst geht es mal darum, dass ihr ein Verhalten aufbaut und das wäre in dem Fall ein Sitz oder Platz. Ich würde euch empfehlen, dass ihr das Verhalten nehmt, das euer Hund besser kann zu diesem Trainingszeitpunkt und von dem Verhalten bauen wir nun auf. Also, wenn euer Welpe besser ein Platz kann, dann startet nun mit dem Platz. Ich habe mit der entzückenden Daphne das Bleib aufgebaut und nachdem sie ein wunderbares Platz ausführen konnte, habe ich das Platz gewählt. Und wie immer gehen wir nun wieder strukturiert vor. Das heißt, wir starten mit den drei Ds und die sind wie immer Duration, Distraction und Distance. Damit ihr es eurem Welpen leicht macht, startet zu Anfang am besten mit einem Podest. In diesem Fall ist das ein kleines erhöhtes Bettchen. Ihr könnt dafür aber auch gerne die Couch nutzen. Gerade für das Bleib ist es super praktisch, wenn ihr euren Welpen am Anfang etwas erhöht positioniert. Denn dadurch ist es für den Welpen einfach viel mehr Arbeit, euch nachzulaufen, weil er da erstmal runterhüpfen müsste und euch nachläuft. Und gerade für die ersten Schritte ist das wirklich eine Riesenhilfe, wenn der Hund etwas erhöht liegt. Also, erster Schritt ist, dass ihr euren Hund in Position bringt. Das bedeutet, ihr lockt euren Hund auf diesen Ort, auf die Decke oder auf das Podest und führt ihn in eine Platzposition. Und dort belohnt ihr ihn wie immer fürstlichst, sodass ihr lernt, dass das Liegen dort lohnenswert ist. Und wir starten gleich mit D Nummer 1, also Duration. Also, am Anfang gebt ihr etwas mehr Leckerchen und baut die nun langsam ab, bis euer Hund nun zuverlässig mindestens 5 Sekunden liegt. Wenn das gut geht, kommt D Nummer 2, also die Ablenkung. Und das bedeutet, ihr bewegt euch nun auf und ab und hin und her, sodass euer Welpe auch hier lernt, liegen zu bleiben. Und nachdem ihr ja schon die ersten Schritte trainiert habt, wird das recht gut funktionieren. Und wenn ihr seht, das funktioniert, könnt ihr nun zur Distanz übergehen. Und das ist ja unser großes Trainingsziel heute in diesem Video. Also, dass euer Welpe liegen bleiben lernt, auch wenn ihr euch von ihm weg bewegt. Also, kommen wir jetzt zu Schritt Nummer 3. Erster Schritt ist, dass ihr euch mal wegdreht von eurem Hund, sodass er lernt, liegen zu bleiben, auch wenn ihr ihm den Rücken zudreht. Und belohnt das gleich nochmal. Als nächstes macht mal einen Schritt auf die Seite und belohnt das. Nächster Schritt ist, ihr geht zwei Schritte weg von eurem Hund und kommt wieder zurück und belohnt das wieder. Als nächstes könnt ihr drei Schritte weggehen. Auch wenn das gut funktioniert, belohnt euren Hund. Damit wir nicht zu schnell weggehen, bleibt nun im nächsten Schritt bei drei Schritten und wartet dort ein, zwei Sekunden, bis ihr wieder zurückkommt, sodass euer Welpe lernt, zurückzubleiben, auch wenn ihr eine Zeit lang von ihm weg seid. Auch das wiederholt einige Male und steigert hier wieder die Dauer. Also hier wieder, ihr geht drei Schritte weg und wartet im nächsten Schritt zwei Sekunden, dann drei Sekunden, dann irgendwann vier Sekunden und im weiteren Schritt irgendwann fünf Sekunden. Also wie ihr seht, wir gehen nicht gleich besonders weit weg vom Hund, sondern wir wollen erst mal gefestigt haben, dass der Hund liegen bleibt, auch wenn ihr ein paar Meter entfernt seid. Und erst wenn das gut funktioniert, fangt ihr an, immer weiter weg zu gehen. Und zwar immer Schritt für Schritt in jedem Durchgang eine Schwierigkeit mehr. Also entweder ihr geht weiter weg oder ihr bleibt einfach mal länger an diesem Ort stehen. Vergesst nicht dabei, dass ihr dazwischen immer wieder euren Hund hochwertigst belohnt, sodass euer Welpe lernt, dass das eine tolle Übung ist. Mega gut, ganz toll gemacht, das war richtig gut. Hier habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Belohnt hier gerne mit großen Leckerchen, auf denen euer Welpe ein bisschen rumkauen muss. Denn fürs Bleib ist das durchaus hilfreich, wenn der Welpe zwischen den Durchgängen fünf, sechs Sekunden mit diesem Leckerchen beschäftigt ist. Zu guter Letzt ist gerade beim Bleib der letzte Schritt der schwierigste. Und das ist der, bei dem ihr aus dem Blickfeld geht. Also bitte erst mal die ersten Schritte so weit festigen, bis ihr anfangt, aus dem Blickfeld eures Welpen zu gehen. Denn das ist natürlich für viele Welpen besonders stressig. Wenn das aber gut funktioniert, könnt ihr anfangen, kurz mal aus dem Zimmer zu gehen, um wieder zurückzukommen. Oder kurz mal aus der Tür zu gehen und die kurz zuzuziehen, sodass euer Welpe lernt, auch liegen zu bleiben, wenn ihr aus seinem Blickfeld geht. Auch hier könnt ihr natürlich tricksen. Beispielsweise könnt ihr eurem Welpen, wenn ihr solche Trainingsschritte vollführt, ihm währenddessen eine Knabberstange geben oder ein länger zu kauendes Leckerchen, sodass euer Welpe beschäftigt ist. Was man hier ehrlicherweise sagen muss, auch dieser Welpe wurde nicht live gerade neu trainiert, sondern zwei Tage zuvor hatte ich bereits ein Training mit dem Menschen und dem Hund. Und leider waren die sehr gut und sehr fleißig beim Trainieren, sodass der Welpe bereits das Bleib so weit aufgebaut hatte, dass ich das einfach sehr schnell steigern konnte. Also großes Lob an die Besitzer von Daphne hier erwähnt, aber wichtig ist natürlich für euch, dass ihr bei eurem Welpen nicht so schnelle Fortschritte von Anfang an erwartet, sondern bitte auch hier euch an den Welpen anpassen und jeweils den nächsten Trainingsschritt erst steigern, wenn der vorige gut funktioniert. Was mir noch wichtig ist, ist zu erwähnen, wenn der Welpe aufsteht und zu euch kommt, darf er das jederzeit. Bitte bestraft das auf keinen Fall. Euer Welpe soll jederzeit gerne zu euch kommen und in den meisten Fällen wollen wir, dass unser Welpe gerne zu uns kommt. Nur bei dieser speziellen Übung soll er das eben nicht tun. Und damit ihr euren Welpen nicht in einen Konflikt führt, bitte bestraft ihn keinesfalls, wenn er dann eben den Fehler macht und zu euch kommt. Ihr dürft ihn gerne streicheln, er soll jederzeit zu euch kommen können. Wichtig ist nur, dass ihr im nächsten Schritt vielleicht das Kriterium zwei, drei Schritte zurückschraubt, sodass ihr den Schritt erstmal festigt, bis ihr eben wieder so weit geht, wo euer Hund aufgestanden ist. Also seht solche Fehler bitte stets als Information für euch, dass ihr euer Training dementsprechend leichter gestalten solltet. Und was ich euch außerdem empfehlen kann, wenn ihr merkt, das Training geht einfach nicht weiter, der Welpe steht die ganze Zeit auf, dann macht einfach mal eine Trainingspause. Auch das ist manchmal notwendig. So geht es uns schließlich auch, wenn wir was Neues lernen. Auch wir brauchen manchmal unsere Kaffeepausen. Also ich hoffe, ich konnte euch mit diesen drei Videos einen Einblick in das moderne, strukturierte Training von Welpen geben. Und ich hoffe, ihr seid nun eingedeckt mit einigen an Übungen, die ihr mit eurem Welpen nachtrainieren könnt. Und wie immer verabschiede ich mich mit. Viel Spaß beim Training mit eurem Welpen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020